Ein herzliches Willkommen bei NowBramsTV, der erste Staffel mit A.K.A. ManShitZo. Ich spiel jetzt euch erstmal den Track ab, Finger weg von Horten Tropen Kids, dann wisst ihr schon Bescheid warum ich das sage. A.K.A. ShitZo. 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 Ich zieh mich euch rein, ob Pille oder Crack, ich weiß die Drogen haben keinen Zweck, aber sie machen mich so shit so, ich bin 3, ich bin 4 und es reicht auch mir, es reicht auch langsam schon mir. Das war shit so, Alter, gefürzt hier, jeder Abend hier im Club 8,12, 20 in Hallen, yeah. Wir machen sofort noch ein Interview auf Nounbrox.tv, weil ich ihn gerade mal in die Hood hab, weil er ist so schwer zu kriegen, der Atze, immer unterwegs, immer alle 3 auf Deutschsprache genannt, zwillingschizophren. Morgen. Na, mein Digger? Alles nicht bei dir? Ich bin bei dir, Schatkan, ich bin bei dir. Mir gehts gut so weit, ne? Ich hab gehört, gehst arbeiten. Ja. Ja. Das war früher mal wirklich der echte, Alter, der echte Untergrundatze, Alter, der Untergrundatze. Na, wir sind jetzt so auf den Webzug aufgestiegen, so auf die Linie wollen wir jetzt mal fahren, weil wir den Bock haben auf das multikriminelle organisiertes Verbrechen. Jo-oh. Und jetzt, du bist direkt aber auch ganz neu. Ne, wir sind eigentlich von unten nach oben. Du hast jetzt mal so reingehört in das neue Sitzel. Dann schläfst du einfach ins Internet. Ja, dann meld dich wieder. Hammer doch schön. Ist ja alles am anlosen. Du musst noch vermeten, dann bei Google rein. Das ist Technik-Shitzo, Alter. Technik-Shitzo in der Haustelle. Jetzt weiter zum Thema, weil die Zuhörer wollen ja auch wissen, wie du unsere Leistung beurteilst. Momentan Stand 2008. Wir trinken gerade ein neues Album raus. GKO. Ich höre nicht noch, dass irgendwo andere Verbesserung ist. Wurde ich... ...habe trotzdem schon gut und... Ja.